Die Grille, keine Erlösung. Und der trockene Stein, kein Rauschen des Wassers. Was redet diese Frau da? Erstmal Moins in Pemarillos. Mein Name ist Sonic und ihr seid auf RepsPlay. Ich bin gerade in dieser Wüste rumgeirrt. Im Kreis. Und ich hätte Bock in diesen Kackbrunnen zu klettern. Oh Mann, der ist ja völlig am Ende, der Kerl. Komm, steh mal auf. Rumsitzen bringt nichts. Du verreckst, wenn du hier rumsitzt, Nathan. Dann leg dich lieber unter den Steinen und pennen eine Runde Sammelkräfte. Nur dieser rote Felsen bietet Schatten. Und die Frage, warum hier einfach so ein Felsen rumliegt. Roter Felsen, Schatten. Klingt gut. Klingt gemütlich. Die Sonne ballert auch. Wo ist die überhaupt? Muss ja da sein. Keine Sonne. Keine Sonne am Himmel. Und ich zeige dir etwas anderes. Was denn? Als den Schatten, der dir des Morgens folgt. Oder der sich abends erhebt, um dich zu begrüßen. Ich zeige dir Furcht in einer Handvoll Staub. Und wir sind immer noch in der Wüste. Verdammt. Wie soll man nur je wieder aus so einer Wüste rauskommen? Ja genau. Nachts wird sie hier richtig kalt. Hier ist ja nichts, was irgendwie Hitze speichern kann. Der Sand speichert die Hitze nicht. Der gibt sie direkt wieder ab. Sind ein paar Wolken. Die könnten das Ganze ein bisschen dämpfen. Aber der Wind und die Kälte in der Wüste sind richtig krank. Nein, nicht hinlegen Nathan. Nicht hinlegen. Du musst weitergehen. Und wenn es deine letzten Kräfte kostet. Lieber kämpfend gestorben, als sich hingelegt und gnadenlos verreckt. Machst du die Augen zu? Auf? Weiß ich nicht. Sully! Das ist doch Sully! Nade! Nade! Sully! Wach auf! Hilf mir! Komm schon! Los deine Hand! Ich... Ich habe dich immer gesucht. Ich habe dich gesucht. Und ich fühle mich nicht, wie ich schon hier bin. Lär. Sully? Sully? Scheiße. Oh Mann. Nathan tritt völlig am Rad. Einfach weiterlaufen. Einfach weiterlaufen. Immer ein Stückchen mehr. Der muss doch vollkommen kraftlos sein mittlerweile. Wenn man tagelang in der Wüste herumirrt. Sully! Da ist ein Karren. Sully! Da ist eine Stadt. Da ist ein Geschäft. Guck mal, da ist eine Stadt. Hoffentlich ist das nicht wieder so eine Fata Morgana. So ein Glück. Es ist ein Dorf. Komm runter, runter. Ja! Nathan, lauf! Lauf! Zum Wasser! Lauf! Das sind Palmen. Wo Palmen sind, gibt es Wasser. Und Wasser rettet uns den Arsch. Kann ich aber gerade mal so sagen. Oh. Die Rettung. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Wir zeigen nicht, die Stadt ist nicht da. Wo ist das scheiß Dorf hin? Da. Da unten. Da unten ist es. Oh. Da unten ist es. Oh. Boah, Leute. Was ist denn das? Nein. Geist verstanden. Kapitel 19. Die Siedlung. Komm, wenn da Pflanzen wachsen, wird es da wohl irgendwo Wasser geben. Brunnen oder keine Ahnung was. Sonst würden die Pflanzen ja hier nicht stehen. Wir gehen einfach mal zum Tor und schauen mal rein. Da hinten leuchtet was. Da gibt es einen Schatz. Wenigstens echt, ja. Da sagst du was. Ein schwacher Trost, aber ein Trost. Okay. Wir holen uns mal den Schatz hier. Ein Widder. Da hinten könnte man hochgehen. Ah, komm. Erste Priorität ist schon mal Wasser finden. Wow. Okay. Hier muss man echt aufpassen, wo man hintritt, Nathan. Hier muss man aufpassen. Trocken. Alles trocken. Vielleicht. Vielleicht gibt es hier irgendwo noch ein bisschen. Da, da. Das sieht doch aus wie ein bisschen Wasser. Ein bisschen. Oh komm, trink das ganze Ding leer. Mist. Nicht trinkbar. Woher weißt du das? Kacke. Ah, hier kann man hoch. Ja, wahrscheinlich wird es nicht so viele Brunnen geben in diesem Dorf. Wenn das Wasser hier schon nicht trinkbar ist, wie sieht es in dem anderen Brunnen aus? Na, komm. Wir müssen weitersuchen. Es nützt ja nichts. Es nützt nichts. Herr Schatz. Cooles Armband. Würde ich mir gerne anziehen. Oh Mann. Was ist eine blöde Stadt. Was ist mit dieser Tür? Oh. Alter, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Wo kommen die denn her? Wo ist denn deine, die du gefunden hast? Ich brauche eine Knarre. Ja, da sagst du was. Wo soll ich denn eine herkriegen? Scheiße, ein Schuss und ich bin weg. Oh, Headshot. Okay, der müsste tot sein. Da hinten kommt noch einer. Oh Mann. Oh nein, nein, nein. Wie wär's damit? Hi. Danke, Boy. Guck, wie der da runterfällt. Plopp. Da hinten, da hinten, da hinten. Oh fuck, der ist gepanzert, Leute. Was ist mit dem? Wo sind die SRS? Okay, die hebe ich auf. Hacke, nicht erwischt. M9. Komm, wir brauchen irgendwas dickeres. Granaten oder irgendwie. Fuck. Der tot, nein. Nochmal. Ja, ja, ja. Granaten gibt's hier. M9. Sehr schön. M9 Munition. Was liegt da noch? Pistole. Oh, noch mehr Pistole. War da nicht grad einer? Nee. Äh, wo soll ich denn lang? Was, was ist denn das? Du Assi. Okay, ich krieg Besuch. Da kommt noch mehr, da kommt noch mehr. Den hab ich. Der ist auch tot. Oh, das müsste es gewesen sein. Äh, was ist mit dieser Säule hier? Kann ich da hochklettern? Was, warum kann ich das hier anführen? Wow. Okay, damit könnte ich in Deckung gehen, aber... Muss ich jetzt in Deckung gehen? Keine Ahnung, aber wenn die Gegner von hier kamen... Fuck. Kommt noch einer durch. Attacke! Nein, Nachland! Okay. Wo ist der andere? Da war noch einer hinter der Mauer. Munition. Warte mal, da gibt's noch mehr Munition. Hauptsache, die lassen alle ihre Waffen hier rumstehen. Ah, Rafniker-Pistole. Die ist voll. Oh, oh. Ah, guck mal, der macht die Säulen kaputt! Hau ab! Wird da noch was? Von der anderen Seite? Aha. Da hinten liegt noch Munition. Komm, die nehm ich mal lieber mit. Nicht, dass mir die noch gleich ausgeht. 21 Schuss, besser als nichts. So, jetzt kann ich ja hier hochkommen. Und hepp, hepp. Ja, ich weiß nicht, ob ich raus will. Ich will eigentlich erstmal Wasser finden. Die zwei Schlücke, die ich da eben aus dem Brunnen genommen hab. Boah! Boah, so ein asozialer. Heftig hat er... Hat er mich überrascht? Hu! T-Bone-Sniper? Kacke. Oh, oh. Nein, jetzt hab ich keine... Nein, ich hab mich doch geduckt. Jetzt hab ich die Sniper verkackt. Musst du mit dem Schild da wegkriegen. Okay. Wow! Ein Geschenk! Ja, 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 ja. Fuck, die Waffe ist leer. Okay, das war jetzt vielleicht nicht so schlau, da wegzulaufen. Da kommt noch einer, da kommt noch einer. Erwischt. Ähm... Und nun? Na also, sagt er! Fuck, 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 fuck. Nach hinten, nach hinten, nach hinten. Hu! Der ist tot. Okay, es sieht still und leise aus. Ich brauch neue Waffen. Ich geh erstmal da oben hin. Und hol mir die Waffen da oben. Genau das brauche ich. Hallo, dich brauche ich nicht. Paranoin. Mit dem Waffen shoppen, Waffen shoppen. Granaten, Granaten, Granaten. Ich brauche Granaten. Und die spare ich mir auf jeden Fall auf. Kacke. Warum komme ich nicht an die Granate? Genau das, was ich brauche. Was macht der da? Mann. Blöde Granate. Find ich auch cool. Uh. Uh. Eine Mach 5. Ah, hier komm ich durch. So. Geh mal links um die Ecke. Das sieht doch gut aus. Cool, ich kann da durchgucken. Ah, jetzt nicht mehr. Schön leise sein. Muss ich hier runter? Oder hier hoch? Gut, probieren wir es unten. Gibt keinen Rückweg. Aha, okay. Ich seh mich lieber mal ein bisschen um, falls ich noch einen Schatz finde oder so. Wow. Mein Herz, ey. Oh, verdammt. Wenn ich alle Säulen kaputt kriege, kann ich ihn vielleicht zum Einsturz bringen, den Kerl da. Aber ich muss mir erstmal die Kerle vom Hals schaffen. Vor allem der da hinten, der. Kommt mir gefährlich nah. Okay, ich muss einmal außenrum. Wo ist der Sack hin? Da. Zwei, zwei. Hab ich dich getroffen? Oh. Typ. Oh, kacke. Der erwischt mich von da. Erwischt. Da sind aber noch welche. Da. Geil. Da ist noch ein Brett. Ich muss das ganze Ding zum Einsturz bringen am besten. Und laufen. Ah, du Penner. Ähm. Da hat jemand großes Kaliber. Fuck. Nein. Oh. Zwischen den Säulen hat er mich erwischt. Genau dazwischen geschossen. Okay, ich geh diesmal links rum. Fuck. Ja, okay. Bin gleich down. Oh, Mann. Und, jawohl. Okay, und nächste Säule. Und hier kann ich die Säulen abbrechen. Warum fallen die nicht? Eine Säule ist kaputt. Ja. Oh, da ist noch so ein Auto. Kommen da Leute raus? Bitte nicht. Oh. 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 Heiliger, Heiliger. Der hat einen Raketenwerfer da oben auf dem Auto. Gut. Wenn der einen Raketenwerfer hat, dann... Oh shit. Den hab ich erwischt. Wer ist tot? Warum ich? Den legen. Der lädt nach. Wow. War's das? Ich brauch neue... Ich brauch neue... Geil. Oh fuck. Erwischt. M9. Damit bin ich zufrieden. Wo ist denn hier noch jemand? Yes. Granaten. Guck mal, was es da gibt. Genau das, was ich brauche. Yes. Wenn das mal kein gutes Kaliber ist, meine Freunde. Wenn das mal kein geiles Kaliber ist. Die behalte ich auf jeden Fall. Die wird mir gut tun. So, hier haben wir noch einen Raketenwerfer. Und da eine Leiter. Oh Mann, ist das heiß. Boah. Was ein Ding. Okay, die muss ich hier fallen lassen. Schade. Okay. Was haben die hier gesucht? Das Flugzeug? Wow, 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 wow. Oh, sehr schön, sehr schön. Es ist nicht euer Ernst, Leute. Mist. Mist. Der hat das überlebt. Pferde! Was ist das denn für einer? Warum haben die Pferde? Verstehst du? Was? Ich verstehe dich. Nein, 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 nein. Ich schieße. Ich schieße bitte. Hata, Hata, Hato! Schielu! Yolo, ta'alo. Krasser Scheiß. Den habe ich erwischt. Boah, was sind denn das für komische Reiter? Klappschütze? Fuck, der ist tot. Ich muss die Züge übernehmen. Meiß noch mal den Kerl darunter. Komm, der macht es nicht mehr. Komm. Gut, an dieser Stelle brauche ich einen kleinen Cliffhanger. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage, in der nächsten Folge geht es spannend weiter. Stay Pam. Ciao. Anzug. Bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nix verpasst. Halt, du tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schick den Kommentar. Denn das heilt und es spart Leben für mehr Energie. Müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsbrot.